So, Triss ist immer noch da. Ach, komm, wir versuchen zu. Ich hab da ne ganz andere Frage. Ich mein, es ist Nacht und so. Wie geht es dir? Geht so, warum fragst du? Wir sollten das Thema wechseln. Typisch Mann. Wie, äh, läuft's denn so? Oh, das hat sie schon rumgesprochen. Mist. Was haben die eigentlich gegen Polyamorie? Als ob das in den Zeiten so selten gewesen wäre. Ja, keine Ahnung. Und dass Yen das natürlich wieder direkt jedem erzählte, war ja auch klar, ne? Ja. Schweinerei. Na ja, nein, da ich nicht. Ja, ne? Du hast mit ihr in diesem Bett geschlafen und schmeißt das Bett aus dem Fenster. Na, immerhin ist es bloß aus dem Fenster geflogen. Jetzt kann es noch irgendjemand anderes benutzen. Ich weiß nicht, ob das noch heile ankam. Na, da macht nicht zusammenkleben. Andere hätten es direkt angezündert. Das stimmt wohl. Also, nicht, dass ich das so nicht tun würde, aber... Okay. Okay. Ha, 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 ha!